Hallo liebe Leute und ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reizgeschichte hier auf meinem YouTube-Kanal der Reizeffekt. Klare Kante gegen dumpfe Parolen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werde ich mich einer sehr kuriosen Organisation widmen, die in meiner politischen Vita in der Neonazi-Szene eine große Rolle gespielt hat über Jahre hinweg. Ich war selber Mitbegründer des sogenannten Kampfbundes Deutscher Sozialisten. Das war eine als Querfrontorganisation bezeichnete Truppe, die tatsächlich aber nichts anderes war als eine klassische Neonazi-Gruppierung. Und da komme ich jetzt mal dazu, euch zu erzählen, was hat das eigentlich ausgemacht? Was war der Hintergedanke, sich an dieser Gruppe zu beteiligen? Was haben wir uns als damals führende Köpfe hinter der Organisation eigentlich dabei gedacht, die zu gründen? Und wie sah die Propaganda aus? Und was haben wir da eigentlich für einen Schmon-Sens gemacht? Und wie ihr ja schon in meinen vorherigen Videos gehört habt, war die Szene ja nicht arm an obskuren Gestalten und kuriosen Begebenheiten. Aber der KDS hat dem Ganzen nochmal eine Krone aufgesetzt. Also das war tatsächlich ein anachronistischer Haufen von wirklich absoluten Paradiesvögeln, selbst in dieser Szene. Und ja, rückblickend kann ich da auch wirklich nur den Kopf schütteln, was ich da damals mitgemacht habe. Aber ich war damals noch sehr jung. Der KDS ist am 1. Mai, am Kampftag der Arbeit. Ich habe ja auch schon Videos hier auf meinem Kanal gemacht, was dieser Kampftag der Arbeit, der Tag der deutschen Arbeit für die Neonazi-Szene für eine Bedeutung hatte. Und um eben dieser Bedeutung Ausdruck zu verleihen, auch in Tradition des deutschen Sozialismus, des national- und sozialrevolutionären politischen Spektrums, den wir uns ja als eher linke Vertreter des Nationalsozialismus in Geist und Tradition Gregor Strassers und Ernst Röms gesehen haben, dafür eine Rolle gespielt hat. Und so war es dann auch kein Zufall, dass sich der KDS am 1. Mai in Cottbus gegründet hat. Da bin ich damals dabei gewesen. Da bin ich im Schlepptau von Michael Thiel. Das war damals noch ein bedeutender Kader im Ruhrgebiet. Er hat die Kameradschaft Heinrich Bausch in Duisburg geführt. Die war auch später wie unsere Kameradschaft nach einem im Straßenkämpfen mit dem Rotfrontkämpferbund umgekommenen SA-Mann benannt. Der war ein enger Weggefährte auch Michael Kühns und damit auch Thomas Brehls, der einer meiner Ziehväter neben Christian Borch gewesen ist und der eigentliche Initiator des KDS gewesen ist. Und ja, so war ich dann damals mit dabei in Cottbus, als dann bei einer kleinen Versammlung dann der KDS aus der Taufe gehoben wurde. Ich habe auch ein Grußwort gehalten, eine kleine Ansprache und war federführend dann von Anfang an dabei. Nun stellt ihr euch die Frage, warum wurde wieder eine Neonazi-Organisation gegründet? Ich habe euch ja schon erläutert gehabt, dass die Szene eigentlich davon ab war, bundesweite Organisationen zu gründen, aus dem einfachen Grund, weil sie befürchten musste, dass diese wie viele Neonazi-Gruppierungen zuvor in den 90er Jahren auch verboten werden würde, wegen Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus oder als Fortführungsorganisation einer bereits aufgelösten und verbotenen Gruppierung. Aber der KDS sollte dem Willen seines Initiators Thomas Brehl etwas anderes sein. Es war schon Sinn und Zweck, wieder eine bundesweite Organisation aufzubauen, um eben besser agieren zu können als nur als Einzelperson, um da auch wieder eine gewisse Struktur reinzubringen, um Propagandamaterial unter einem einheitlichen Dach herauszugeben, was dann nicht von vielen anderen Gruppen adaptiert und verändert werden konnte. Also da war schon ein zentralistischer Gedanke, ein kontrollierender Gedanke auch dann der Vater der ganzen Organisation und die Geburtsstunde eben der Grundidee, wieder eine bundesweite Organisation aufzuziehen. Aber um eben nicht wieder den Fehler zu machen und als klassische Neonazi-Truppe durchs Land zu marschieren und dann auch entsprechend mir nichts, dir nichts verboten zu werden, hat man sich überlegt, man stellt einen anderen Grundgedanken in den Vordergrund und das war die sogenannte Querfront. Zum Begriff Querfront, wer sie noch nicht gehört haben sollte, eine Querfront ist eine Verbindung zwischen Linken und Rechten, Revolutionären, die sich selber eben als Systemgegner verstehen und die dann über die Gräben der unterschiedlichen Anschauungen und unterschiedlichen Positionen hinweg eine Waffenbrüderschaft, kann man sagen, schließen, um eben gemeinsam dann als gemeinsame Front eine Querverbindung von links und rechts gegen das verhasste System, gegen den Kapitalismus, gegen den Imperialismus und die üblichen Feindbilder zu kämpfen, die rechts wie links ja die Extreme eint, wo wir wieder bei der Hufeisentheorie sind, die von vielen ja abgelehnt wird, aber auch da kann man sagen, natürlich bedeutet Hufeisen nicht, dass der linke Extremist identisch ist mit dem rechten Extremisten auf der Gegenseite, sondern dass je weiter sich die Extreme von der Mitte eben hinweg bewegen, irgendwann sich sehr, sehr annähern und das können wir ganz klar erkennen eben dann auch an den gemeinsamen Feindbildern, die es in der linksextremen Szene genauso gibt wie in der rechtsextremen, aber auch im religiösen Fundamentalismus, die sich meistens niederschlägt in fundamentaler Systemopposition, wo gesagt wird, Demokratie ist nicht echt, Demokratie ist falsch, Kapitalismus böse, Liberalismus furchtbar, wir brauchen einen Sozialismus und von links ist es dann eben der internationale Sozialismus, der Sozialismus des Proletariats, der Sozialismus der Arbeiterschaft, von rechtsextremer Seite ist es dann eher der nationale Sozialismus, der auf völkischer Grundlage dann eben das Blut reinhalten soll und fremde Einflüsse abwehren soll. Bei allen Unterschieden sind die Feindbilder eben dann gemeinsam und so war der Begriff Querfront an sich schon mal eben kein Problem für uns, die wir uns ja, wie ich bereits in vorherigen Videos erläutert habe, ja klar als linke Nationalsozialisten verstanden haben, in Tradition der Gebrüder Strasser, in Tradition der Nationalrevolutionären in der Weimarer Republik, in Tradition von Ernst Röhm, in klarer Abgrenzung zum bürgerlichen, zum unserer Ansicht nach reaktionären Teilen der Bewegung oder eben dann den Hardcore-Völkischen und Hardcore-Rassisten, den sogenannten Schädelvermessern, wie wir sie bezeichnet haben, die wir eben dann nicht mehr als Träger des Gedanken der Volksgemeinschaft gesehen haben, sondern als eine Entartung des eigentlichen Nationalsozialismus, der eben dann natürlich den Sozialismus in den Vordergrund gestellt hat, weswegen wir uns auch gerne zum einen aus Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung, aber auch zum anderen eben dann der klaren Akzentuierung unserer eigenen Selbstverortung in der politischen Skala als nationale Sozialisten bezeichnet haben. Und so war dann auch die Bezeichnung deutsche Sozialisten nicht weit weg von unserem eigentlichen Selbstverständnis. Die programmatische Grundlage des KDS war dann die sogenannte Langener Erklärung, die in Langen verfasst wurde von Thomas Brehl, das war sein Wohnort. Langen ist auch lange, lange Jahre Wirkungskreis Michael Kühns gewesen, der dort gelebt hat und der dort 1989 zum Beispiel mit seiner Gruppierung Nationale Sammlung einen sogenannten Schwerpunktwahlkampf geführt hat, der darin gipfeln sollte, dass wenn die NS, ja schöne Abkürzung, war auch kein Zufall, in das der Langener Kommunalparlament einzieht, Langen zur ersten ausländerfreien Stadt Deutschlands gemacht werden sollte. Also auch völliger Wahnsinn, völliger Irrsinn, aber das zeigte halt, dass Langen als Stadt schon eine Tradition in der kühnen Bewegung hatte, in der ich mich ja heimisch gefühlt habe, aufgrund meiner Bekanntschaft eben, zu ehemaligen engen, kühnen Weggefährten wie Christian Worsch oder eben auch Thomas Brehl, die ja beide meine geistigen Ziehväter in der Bewegung gewesen sind und die beide auch sehr viel getan haben, mich auf meinem Weg in den Extremismus zu unterstützen und mir quasi auch dabei geholfen haben, ja, zu einem richtigen Kader zu werden und auch entsprechende Erfahrungen zu sammeln, die mich dann eben auch in den Stand versetzt haben, Führungspositionen einzunehmen, sei es als Redner, sei es als Propagandist, sei es als Organisator, sei es als Veranstalter von Demonstrationen, ja, das war also den beiden zu verdanken gewesen und so hatte ich natürlich auch zu beiden eine sehr enge Beziehung, auch zu Thomas Brehl, mit dem ich sehr, sehr viel Schriftkontakt hatte, der sich sehr, sehr viel Zeit genommen hat, mich entsprechend auch heranzuführen an die Feinheiten der Weltanschauung, zu dem ich natürlich aufgesehen habe, weil er ja ein ehemaliger Stellvertreter und enger, enger Weggefährte Michael Kühnens war, dessen Bücher mich ja sehr geprägt und beeindruckt haben in meiner Radikalisierung und in meinem Weg zum Fanatiker und so war er für mich natürlich schon eine sehr wichtige Bezugsperson und er trat dann auf mich zu und sagte dann, wir haben ja was in Planung, wir wollen eine Organisation gründen, mit der wir bundesweit aktiv sein können, mit der wir auch ganz klar unsere eigene Tradition bewahren können, mit der wir uns aber auch so ein Stück weit immunisieren vor dem Verfolgungsdruck, so dass wir keine Angst haben müssen, verboten zu werden, deswegen stellen wir eben nicht die klassischen Neonazi-Themen in den Vordergrund, sondern die sogenannte Querfront, allerdings machen wir uns da auch nicht irgendwie, ja, zum Bückling für irgendwelche Internationalisten oder für irgendwelche Zecken, wie wir Linksextremisten genannt haben, die wir als Gegner betrachtet haben, die wir abgelehnt haben, die ja auch Feindbilder waren und so stand dann in dieser langen Erklärung, die als programmatische Grundlage galt, dass der KDS eben dann als Kampf- und Diskussionsforum für linke und rechte Sozialisten gelten soll, die aber ein verbindendes Element einigen sollte, nämlich das Bekenntnis zu Volk und Heimat. Und damit waren ja große, große Teile des linken Spektrums, auch des linksextremen Spektrums, ja bereits aus dem Spiel, weil die wollten sich weder zu Volk noch zur Heimat bekennen, das waren für die Konstrukte, die entweder überhaupt gar nicht existent waren oder die abgeschafft gehören, weil sie für sie als Feindbilder galten, weil sie dazu auch in großen Teilen ein pathologisches Verhältnis hatten, ja, also auf der einen Seite so ein absoluter Selbsthass und so ein Hass auf die eigene Nation, so ein Hass auf Deutschland, während wir auf unserer Seite das total glorifiziert haben, ja, ja, Deutschland über alles und das deutsche Volk soll nicht untergehen, auch wenn alle anderen vorher über die Klingel springen müssen, also da trafen ja wirklich dann unversöhnliche Gegensätze aufeinander und das war auch nicht Sinn und Zweck, dieser vermeintlichen Querfront des KDS hier irgendwie Brücken zu schlagen oder aufeinander zuzugehen, sondern da hat man ganz klar gesagt, ja, das Bekenntnis zu Volk und Heimat ist das, was hier die Grundlage ist für unsere politische Arbeit und so war allen anderen kosmetischen Korrekturen, allem falschen Getue der KDS natürlich wieder eine reine Neonazi-Organisation, ja, und es gab auch kaum Linke, die da mitgemacht haben, es gab einen Linken, der früher in linken Strukturen aktiv gewesen ist, der dann neben Thomas Brehl zum Aushängeschild des KDS geworden ist, das war Michael Kot aus Berlin, der hat vorher in einer ganz kleinen KPD-Abspaltung mitgemacht, der ist vorher als Westberliner trotzdem Mitglied der SED geworden, er hat sich mit seinem Elternhaus überworfen, das war so eine Parallele wie zu mir, ja, ich bin ja damals dann aus dem Elternhaus verwiesen worden aufgrund meiner rechtsextremen Aktivitäten, aufgrund meines Eintauchens in die braune Szene, er kam aus einem Elternhaus, was den Schrecken des Kommunismus und den Schrecken des Stasi-Staates DDR am eigenen Leibe erlebt hatte und deswegen kein Verständnis dafür hatte, dass der Sohn jetzt in diese Richtung tendierte, er hat sich dann auch mit seinen Eltern überworfen und ist dann Mitglied der SED geworden und der Westberliner FDJ und hat dann sogar auch für die Stasi gearbeitet, wie er nicht ohne Stolz bekundet hat, ja, und ist also da tatsächlich im Westen ein kommunistischer Überzeugungstäter gewesen. Und nachdem dann eben die DDR untergegangen ist und die Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland stattgefunden hat, machte er sich auf, alte Würdenträger dann des SED-Staates anzuschreiben und zu hofieren und so kam er dann auch in Kontakt mit Erich Honecker und nach seinem Tod auch mit seiner Witwe, ja, wo er dann immer huldvoll erzählt hat, was für ein großer Staatsführer das gewesen sei und wie toll das Experiment des Sozialismus der DDR gewesen ist und sein beseelender Glaube, ja, und seine Politik erschöpfte sich tatsächlich im völlig ewig gestrigen und reaktionären Nachtrauern der DDR, als dessen letzter Sachwalter er sich so ein bisschen verstanden hat. Ja, und er ist wirklich auch eine absolute Karikatur gewesen, er lief dann immer rum auch in Pseudouniformen mit alten gekauften Blechorden aus der DDR, er verlieh auf seinen Veranstaltungen dann selber huldvoll irgendwelche Auszeichnungen mit Titeln wie Volkssozialistischer Kulturschaffender oder Volkssozialistischer Aktivist der Arbeit und so eine Urkunde bekam man dann nicht einmal, sondern immer, wenn man aus seinen Versammlungen aufgetaucht ist, die teilweise zweiwöchentlich oder monatlich stattgefunden haben, da gab es jedes Mal irgendeine Urkunde und jedes Mal ein riesen Schulterklopfen und jedes Mal ein riesen Zeremoniell, also das war richtig, richtig lächerlich. Ja, und den Mann hat bei uns auch keiner ernst genommen, aber man sagte sich, okay, wir brauchen den, der ist ein Aushängeschild, der ist keiner, der aus dem Rechtsextremenspektrum kommt, der ist tatsächlich ehemaliger Kommunist, der hat tatsächlich auch ein gewisses Renommee vom Namen her und dafür brauchen wir den als Aushängeschild. Er hat es damals auch geschafft und das war für uns auch sehr interessant und kam später auch dann zum Tragen durch Besuche vom KDS in der irakischen Botschaft. Er war auch jemand, der sehr, sehr emsig dabei war, in verschiedenen Botschaften vorstellig zu werden. Ja, ist da sehr eisern gewesen, hat also da fast wöchentlich hultvolle Briefe geschrieben, an die Chinesen, an die Koreaner, ja, eben an alles, was er noch als kommunistisch, als sozialistisch im Kampf gegen den US-Imperialismus und gegen die westliche Demokratie gesehen hat. Ja, da wurde er damals auch für die NPD interessant, er hat es nämlich geschafft, in die chinesische Botschaft eingeladen zu werden, ist auch da gewesen mit einer Abordnung der NPD. Da habe ich noch ein altes, altes Foto gefunden, aus der deutschen Stimme der Parteizeitung der NPD. Da ist er mit einigen NPD-Funktionären dann in der Botschaft von Nordkorea auch gewesen und hat sich da natürlich dann auch in der NPD hofieren lassen, als Door-Opener, ja, zu Botschaften, was für so eine Partei wie die NPD natürlich unheimlich wichtig war und unheimlich toll war, dass sie sich da auf einem diplomatischen Parkett wähnte und sagen konnte, Mensch, wir werden ernst genommen, wir werden hier mal nicht ausgegrenzt und verfolgt, sondern hier gibt es wirklich noch, ja, freie Völker, vermeintlich freie Völker, die sich mit uns eben dann abgeben. Ja, und er hat eine Zeit lang dann in der NPD auch, bevor er mit Thomas Brehl und uns dann den KDS gegründet hat, einen Arbeitskreis Deutsche Sozialisten in der NPD geleitet. Unter anderem war daran auch der Rechtsanwalt Hans-Günter Eisenecker, der in Mecklenburg-Vorpommern Landesvorsitzender war, der auch eine sehr sozialrevolutionäre und eine sehr sozialistische Gangart für die Partei anempfohlen hat, einen antiimperialistischen Kurs, der gegen die USA, gegen Israel, gegen den Kapitalismus gerichtet war, sich aber in der Partei nicht durchsetzen konnte, genauso wenig wie Michael Kot, der auch da eher belächelt wurde und irgendwann dann auch mit der Partei sich überwarf und dann eben, ja, frei dafür war, mit uns gemeinsam aktiv zu werden. Er hat vorher noch eine Ein-Mann-Organisation gegründet, wo er seine eigenen politischen Parolen von sich gegeben hat. Das war die sogenannte Partei der Arbeit Deutschlands. Da sehen wir hier, befreie dich vom Joch des Kapitals, deutsche Arbeiter kommen zu uns, ja, nieder mit den Arbeiterverrätern der Systemgewerkschaften und arbeitslosen Elend nicht mit uns. Das waren, ja, dann ganz klare sozialpopulistische Parolen, die aber den gleichen Gegner adressiert haben, wie wir das in unserer Sozialdemagogie als nationale Sozialisten auch getan haben, ja. Und so war das auch dann irgendwie ganz natürlich, dass er als Exot in der linksextremen Szene, der da natürlich nie eine Rolle gespielt hat, der aufgrund seiner kuriosen Anwandlungen, ja, zum Beispiel seiner huldvollen Verteidigung und seiner Glorifizierung von Nordkorea oder eben dann von China, des Nationalkommunismus, des Nationalkommunismus auch von Mao Zedong und der Juche-Ideologie von Kim Jong-il und Kim Jong-un, den Diktatoren in Nordkorea, auch in der linken Szene, also ein Exot war. Ja, er hat organisatorisch nie was auf die Beine bekommen, ist, ja, eine ziemlich kuriose Gestalt gewesen, mit dem es auch immer sehr schwierig war zu arbeiten, weil er eben, ja, tausend Zusagen machte, keine gehalten hat und weil er einfach gar nicht in der Lage war, die einfachsten Minimalvoraussetzungen für einen organisatorischen Zusammenhalt eben dann zu schaffen. Er hat eher dann immer wirklich wie so ein Rentnerverein mit vier, fünf anderen in irgendwelchen Hinterhofkaschämmen dann sein Treffen abgehalten, wo er seine Urkunden verliehen hat und wo er dann irgendwelche Briefe vorgelesen hat und die alten Zeiten beschwor oder den Kommunismus dann als ewig siegende Idee dann lobpriest. Ja, und er war deswegen für die linke Szene auch überhaupt gar nicht tragbar. So war er aber dankbar, dass wir ihm da den roten Teppich ausgerollt haben, dass wir ihm eine Organisation dann eben auch zur Verfügung gestellt haben, die bundesweit agieren konnte. Er konnte in unserem, ja, Hauspostille, dem sogenannten Gegenangriff, was auch kurios war. Natürlich haben wir Bezug damit genommen auf den Angriff von Josef Goebbels. Das war die Tageszeitung, die der Gauleiter in Berlin herausgegeben hat. Es gab dann von der KPD einen Gegenangriff, der dann die Lügen der Goebbels-Propaganda aufdecken sollte. Darauf hat er sich natürlich bezogen und so haben wir dann eben dann diesen Gegenangriff als Angriff und er als KPD-Gegenangriff gesehen, als Namensgebung für unsere Vereinszeitschrift gewählt. Und da konnte er natürlich dann auch seine Briefe veröffentlichen und seine Parolen von sich geben und hatte auf einmal viel mehr Zuschauer, als wir das jemals in seinem kleinen bescheidenen Wirkungskreis in Berlin selber auf die Reihe bekommen hätte. Und wir hatten natürlich dann ein Aushängeschild, wo wir sagen konnten, guck mal, wir sind keine Neonazi-Organisation, sondern wirklich Querfront. Wir haben hier auch einen Kommunisten und haben wir hier einen, der aus der linken Szene kommt. So, und ihr könnt euch hier mal anfangen, ein bisschen Propaganda anzuschauen, die der KDS dann herausgegeben hat. Hier sehen wir dann auch national, radikal, sozialistisch, wo natürlich dann auch die Schlagworte in den Vordergrund gestellt worden sind. Wir wollten Sozialisten sein, wir wollten radikal, wir wollten revolutionär sein, aber wir sehen die Fahne, die Symbolik, das war ganz klassisch neonazistisch, das war ganz klassisch eine Anleihe an den historischen Nationalsozialismus. Das hatte mit Querfront, mit Zugehen auf linke Strukturen oder Übernahme von linken Positionen überhaupt gar nichts zu tun. Im Gegenteil, da haben wir das gemacht, was auch der historische Nationalsozialismus schon gemacht hat. Wir haben einfach Symbolik geklaut, wir haben einfach Parolen geklaut, die umgedeutet und für uns nahtlos in unsere Weltanschauung eingegliedert und entsprechend dann als trojanisches Pferd verwendet. So, dann haben wir hier noch ein Propaganda-Plakat, was auch ganz klar deutlich macht, woher der Wind bei uns wehte. Das war ein Plakat, was man dann später bei uns kaufen konnte, wo wir sehen, die Standarte, die es in echt übrigens gab, die hat Thomas Brehl selber angefertigt, mit der Symbolik, mit dem Reichsadel am Hintergrund, der auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg stand, mit der Frakturschrift. Ja, da wurde überhaupt kein Zweifel daran gelassen, wer wir sind, was wir wollen, was wir machen, nämlich klassische Nazis, klassische Nationalsozialisten, pfeifegal, ob wir uns dann deutsche Sozialisten genannt haben oder Querfrontler, es war völlig klar, woher der Wind wehte und da sollte auch unserer Ansicht nach überhaupt kein Zweifel später mehr bestehen. Trotzdem muss man sagen, haben wir in unserer Propaganda natürlich schon ein Hauptaugenmerk darauf gelegt, besonders sozial und national revolutionär zu sein, das heißt, Themen aufzugreifen, die ansonsten in der typischen rechten Propaganda, die mitunter sehr reaktionär war, schon einen revolutionären Touch hatte. Hier sehen wir dann zum Beispiel Schluss mit dem imperialistischen Terrorkrieg Israels. Das war dann der Imperialismus, der adressiert werden sollte, natürlich mit einer ganz glasklar antisemitischen Verknüpfung, in dem Israel dann wieder als Terror-Kriegstreiber dargestellt wurde. Unsere Solidarität galt natürlich der Hamas und der arabischen Welt aus Kontinuität und das war für viele Linke ja auch ganz normal, dass eben da Israel als Sachwalter von US-Interessen gesehen wurde, als liberale Demokratie, als kapitalistischer Staat und damit als Fremdkörper und Feindbild in den revolutionären Befreiungsbewegungen, die im Nahen Osten aktiv sind. Aber auch da war dann klar die Kontinuität, dass wir uns da schon auch mit Parolen eben hervorgewagt haben, die in der Szene sonst zum damaligen Zeitpunkt 1999 noch so nicht an der Tagesordnung gewesen sind. Hier sehen wir dann noch ein Bild von uns, ja, Thomas Brehl auf der linken Seite, daneben Thomas Gerlach, ein weiterer Kamerad und ich, ich habe damals dann schon, das ist ein bisschen älter das Bild, eher Anzug getragen als Uniformhemd. Thomas Brehl war noch im Uniformhemd, auch da sehen wir, ich habe in anderen Videos ja auch schon Bilder gezeigt, war ganz klar nachempfundenes Braunhemd, ja, mit Ansteckern, mit schwarzer Binde, schwarzer Hose, ja, und mitunter hatten wir auch rote Armbinden vom KDS. Also auch da war klar, dass wir uns ganz klar als Abziehbilder der SA geriert haben, dass wir uns selber in diese Tradition gestellt haben. Da war nichts mit Querfront, da war auch nichts mit Diskussion, dass man sagen wollte, irgendwie, wir holen jetzt Linke her rüber. Also da war klar, woher der Wind wehte. Hier sehen wir mich in sehr jungen Jahren mit Michael Kuhn zusammen. Hier ist eine seiner Fantasieuniformen, die er getragen hat, mit seinen Pappmaché-Ansteckern, die er da hatte. Auf der rechten Seite uns gegenüber ist der Eite Hohmann, das war auch ein enger Weggefährte Michael Kühns, ist in den Niederlanden ansässig, ist da lange, lange Jahre noch aktiv gewesen, ob es heute noch ist, das kann ich nicht sagen. Aber der Eite Hohmann war auch jemand, der sich sehr, sehr national und sozialrevolutionär gegeben hat, der sich selber auch eher als linken Sozialisten bezeichnete, als rechten Sozialisten, aber natürlich trotzdem als Nationalsozialisten. Aber für ihn war das dann natürlich ganz normal, sich mit uns auch dann gemeinsam zusammenzusetzen und gemeinsam auch dann zu agieren und zu agitieren. Das war dann so ein natürlicher Bündnispartner und das war natürlich dann auch wieder eine organisatorische Kontinuität, die wir mit dem KDS hatten, durch die Personalie, eben dann Thomas Brehls und durch andere Mitbegründer, dass wir da quasi ja so ein Revival der letzten kühnen Getreuen dann auch de facto gewesen sind. So, da sehen wir Michael Koth mit einer Abordnung von Freunden in Nordkorea, hat er regelmäßig dann besucht, ist da natürlich dann auch immer empfangen worden von den dortigen Parteidienststellen, die sich gefreut haben, dass da ein Deutscher kam, der dann auch den Sieg des Sozialismus beschworen hat und den Sieg des koreanischen Volkes. Aber das war, so lächerlich das ist und so albern jeder normal denkende Mensch heute sagt vorweg, ja was interessiert das irgendeine tote Waschfrau, ob der Typ da in Nordkorea rumgestapft ist oder ob der in der nordkoreanischen Botschaft mal zu Gast gewesen ist. Für uns war das damals wichtig, ja, weil das war so ein Hauch von Respektabilität, ja, schweres Wort, Entschuldigung, ja, da haben wir uns tatsächlich dann gebauchpinselt gefühlt und gesagt, Mensch, guck mal, in anderen Ländern und da werden wir nicht als Exoten wahrgenommen, sondern da werden wir als Bündnispartner hofiert, ja, die schütteln uns die Hände, die haben keinen Problem im Umgang mit uns und das verleiht uns ja auch hier in unserer schwierigen Situation, in der totalen Opposition, ja auch eine bestimmte Glaubwürdigkeit, dass wir ernst genommen werden, dass wir wahrgenommen werden, dass wir nicht als Spinner gelten oder dass wir nicht verlacht werden, sondern dass wir hier schon Bündnisse schmieden, ja, und zeigen, es gibt eine weltweite Bewegung von nationalten Kräften, von befreiungsnationalistischen Tendenzen, ja, die eben dann die One World Order, die Globalisten und die Weltpolizei USA irgendwann besiegen werden und dann wieder ein System schaffen, in dem der Nationalismus herrscht, in dem der Sozialismus herrscht, ja, das war alles sehr, sehr obskur, das war alles sehr, sehr verrückt, aber für uns damals war es natürlich revitalisierend, dass wir sagen konnten, Mensch, guckt euch mal an, wo wir hier schon überall den Teppich ausgerollt bekommen, guckt euch an, wo wir gelandet sind, wir fühlen uns ganz toll, ja, tatsächlich hat das überhaupt nichts zu bedeuten gehabt, es hat niemanden interessiert, wahrscheinlich nichtmals die Leute selber, die sich da mit uns abgegeben haben, aber wir haben uns damals da echt geil beigefühlt, so, hier sehen wir Michael Koth mit dem nordkoreanischen Botschafter beim Handshaking, da ist er zu Gast in der Berliner Botschaft von Nordkorea, ja, und das war da natürlich dann schon so eine Sache, wo wir ihn dann auch für wichtig genommen haben, obwohl er eigentlich für uns eine absolute Nullnummer gewesen ist, die wir nur als Aushängeschildnis brauchen wollten, aber damit haben wir uns dann gerne geschmückt, das war etwas, was andere rechtsextreme Organisationen, andere Gruppierungen in der sogenannten Bewegung, ja, nicht von sich behaupten konnten. Ja, haben entsprechend dann natürlich auch nordkoreanische Propaganda betrieben, ja, unbesiegbares Nordkorea, Solidarität mit dem Volk Nordkoreas, im Kampf um Freiheit und Selbstbestimmung, da wurde völlig ausgeblendet, was für ein Terroristenstaat, ja, was für ein Verbrecherstaat Nordkorea eigentlich ist, ja, wo die eigene Bevölkerung geknechtet, drangsaliert, ermordet, hingerichtet und dem Hungertod ausgeliefert wird, die Machthaber aber in Saus und Braus leben, das ist ja da schon mehr eine monarchistische Erbstruktur, ja, wo der Sohn dann die Macht vom Vater übernimmt und dann potenzielle innerparteiliche Gegner, selbst aus der eigenen Familie, ob das Onkel sind oder irgendwelche entfernten Verwandten, hinrichten lässt, ja, also das hat ja nichts irgendwie mit einem tatsächlich funktionierenden Rechtsstaat zu tun, das hat ja nichts damit zu tun, dass hier ein Land, ja, zu Unrecht angegangen, diffamiert und bekämpft wird, ja, aber natürlich haben wir es so dargestellt, das arme Nordkorea, Nordkorea ist ein Nationalstaat mit einem Sozialismus in den Farben der Völker, ein Sozialismus in den Farben Nordkoreas, die Jutsche-Ideologie, die eben nicht zum Ziel hat, andere Völker zu überfallen, so wie die USA das unserer Ansicht nach getan haben und so haben wir natürlich dann Nordkorea hochgehalten und da hat sich Michael Kot gefreut, das war ja sein Steckenpferd aufgrund der Kontakte zur Botschaft, die er hatte und das war ja so, ja, auch das, wo er für gelebt hat, eben dann immer wieder Nordkorea-Propaganda zu machen, da war er sehr froh, dass wir diese Propaganda auch dann weitergetragen haben. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte mitunter Bauchschmerzen dabei, weil natürlich der Kommunismus für uns immer ein absolutes Feindbild gewesen ist, ja, wir haben ja immer behauptet, dass der Kommunismus ja nur die Kehrseite des Kapitalismus ist, dass der Kapitalismus zum Kommunismus führt und am Ende dann eben die Auslöschung aller natürlich gewachsenen Völker, Kulturen und Strukturen steht, das wäre die große Verschwörungstheorie, die wir hinter allem gesehen haben und so war natürlich dann der Kommunismus schon ein Feindbild und es war für mich auch sehr, sehr schwierig, dann irgendwie zu vertreten, warum wir jetzt ein, ja, erzkommunistisches Regime hochhalten und in Schutz nehmen und noch als lebenswert darstellen, obwohl wir natürlich schon wussten, wie die Zustände in Nordkorea tatsächlich aussehen. Ja, wir haben dann zwar immer behauptet, das ist alles US-Propaganda, die haben dasselbe auch über unser Reich behauptet und wir dürfen den Amerikanern nicht glauben, die lügen ja ohnehin nur am eigenen Interesse, das ist alles Desinformation, das ist alles Feindpropaganda, aber, ja, im stillen Kämmerlein haben wir schon gewusst, was wir da eigentlich vertreten und das war auch schon ziemlich erbärmlich, was wir da gemacht haben, ja, und da sehen wir aber wieder, was für Heuchler wir gewesen sind, ja, und dass wir auch da immer dann diesen Gedanken irgendwo im Kopf hatten, der Zweck heiligt die Mittel und, ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund und, ja, wir nehmen jetzt eben mit, was wir bekommen können, Botschaftsbesuche, internationales Renommee, in dem eben dann Vertreter von uns in Nordkorea da eingeladen und von der Partei hofiert werden und da machen wir eben auch Werbung für Nordkorea, auch wenn wir eigentlich wissen, was für ein Verbrecher und Unrechtsstaat das ist. So, der Code ist dann auch manchmal dann als Nationalkommunist auf Demonstrationen aufgetreten, kam nicht häufig vor, ist natürlich ähnlich wie der KDS in der Szene auch sehr umstritten gewesen, aber es gab Strukturen, die sich mit ihm dann auch gerne geschmückt haben und er hat natürlich dann immer die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und so getan, als würde er jetzt quasi seine Tradition in den Reihen der Neonazi-Szene fortleben können. Wir sehen ihn hier mit der erhobenen Faust, dem Gruß der Kommunisten, wo er sich ganz klar dann auch in seine kommunistische Tradition wieder gestellt hat, aber das war für die Szene kein Problem. Sie haben dann eben gesagt, wir nehmen jetzt von dem was mit und können eben da auch wieder den deutschen Sozialismus hochhalten und haben hier jemanden, der auch dann in Botschaften ein- und ausgeht. Da haben sie ähnlich wie wir gedacht damals im KDS. Naja, was schert es uns jetzt, mit wem wir uns da verbünden, was nach der Machtergreifung mit dem passiert, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber jetzt ist er nützlich, jetzt müssen wir ihn eben nicht als Feind akkreditieren. Was im Kopf von Michael Koth vorging, dass er da bei Leuten eben dann aufgetreten ist, von denen er eigentlich wissen müsste, dass die von ihm nicht das Geringste gehalten haben, dass das strikte, leidenschaftliche Antikommunisten waren, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich war er einfach froh, dass er eine Bühne hatte für seinen Wahnsinn und hat sich dann gefreut, dass da eben ein paar junge Menschen ihm frenetisch zugejubelt haben, wenn er seine alten, ewig gestrigen Kommunistenparolen da rausgeleiert hat. Hier sehen wir noch dann ein Propagandaplakat von uns mit ganz klar Anti-US-Ausrichtung, das Leichentuch der freien Völker. Da wurde natürlich dann auch wieder die USA als der Feind aller freien Völker, als der Feind aller nationalen Souveränität angesehen und auch da natürlich wieder die Brücke geschlagen, dass die Feinde der USA automatisch unsere Freunde sein müssen. Völlig egal, was für Verbrecherregime das waren, völlig egal, was für Terrorsysteme das gewesen sind oder was sie sich haben zu Schulden kommen lassen, die USA war der Feind und der Feind meines Feindes ist mein Freund und so wurde natürlich dann völlig undifferenziert eine Anti-US-Propaganda gemacht. Wir haben auf unseren Veranstaltungen dann später auch die USA-Fahne umgedreht, was ja als Notsignal gilt, dass wir sagen konnten, die USA werden von Verbrechern regiert, werden von einer Oligarchie, von Kapitalismus gewirkt und ausgepresst. Amerikanisches Blut wird vergossen für kapitalistische Interessen. Da geht es nur ums Öl, da geht es nur darum, die Vormachtstellung der globalen Eliten zu sichern. Globale Eliten waren natürlich damals auch ein Synonym wieder für Zionisten und für Juden. Da war auch der Antisemitismus natürlich wieder ganz stark verwurzelt. Aber das ging eben alles da bei uns in unserer eklektischen Weltanschauung, in unserem zusammengewürfelten Gedankengang einher. Und wir haben uns natürlich mit dieser Propaganda schon irgendwie auch als Querfrontler gesehen, weil das ja auch eher linke Themen waren. Also so ein Plakat hätte genauso gut auch von kommunistischen oder anti-hyperialistischen Gruppen auf der linken Seite herausgegeben werden können. Und das war für uns natürlich dann auch schon Teil des Mimikrie auf der einen Seite, dass wir zeigen konnten, okay, wir machen jetzt nicht nur klassische Nazi-Propaganda, wir machen hier auch in Anführungsstrichen vermeintlich linke Propaganda. Und auf der anderen Seite wollten wir damit aber schon tatsächlich zeigen, dass wir eben keine klassischen Rechten waren, dass wir keine Konservativen waren, dass wir keine Demokraten waren, sondern dass wir schon entschiedene Systemgegner waren, die auch einen klaren sozialen und einen klaren befreiungsnationalistischen Anspruch hatten, der kompatibel war mit Teilen der linksextremen Szene. Also da waren wir schon authentisch gewillt, eine Querfront herzustellen, wenn auch natürlich nur zu unseren Bedingungen und auch nur im Rahmen unserer bescheidenen mentalen Möglichkeiten. So, hier sehen wir auch noch Propaganda, die wir herausgegeben haben, die auch durchaus von linken Organisationen hätten herausgegeben werden können. Wir sehen hier Menschen statt Profite für die Unterdrückten gegen die Ausbeuter. Das klingt zuerst auf eine linke Parole, ist aber tatsächlich der Untertitel des bereits erwähnten Angriffs gewesen, was ja die Tageszeitung von Josef Goebbels in Berlin gewesen ist, dem Reichspropagandaminister, einen der größten Hetzer und einen der größten Kriegsverbrecher überhaupt, der auch zum totalen Krieg aufgerufen hat, der sich hervorgetan hat in der Judenverfolgung, der aber immer auch ein eher linker Nationalsozialist gewesen ist. Er kam ja auch aus der Strasserbewegung, bis er diese verraten hat, weil er einen Kniefall vor Hitler gemacht hat und diesen als das große führende Genie anerkannt hat, weil es ihm wichtiger war, von ihm Schulterklopfen zu bekommen, als zu seinen eigentlichen damaligen Weggefährten und Gesinnungsgenossen zu stehen. Da war er also auch ein totaler Umfaller, aber er hat es eben verstanden für Hitler, als absolut linientreuer Parteigänger vom Führer, trotzdem die sozialistischen Komponenten der Partei zu betonen, was anderen Nationalsozialisten schwergefallen ist. Also so ein Hermann Göring, der konnte das nicht, der ging bei der Schwerindustrie ein und aus, der war jemand, der im Adel angesehen war, der im Bürgertum als Pulumerietträger großes Ansehen genoss, als ehemaliger Jagdflieger, als Kommandeur des Geschwaders Richthofen und der da eigentlich ein klarer Antipode gewesen ist zu Goebbels, der immer schon sich als Vertreter des einfachen Mannes, des Arbeiters verstehen hat und der wirklich da auch den Sozialismus ganz, ganz stark akzentuiert hat in der Idee des Nationalsozialismus und der für Hitler deswegen wichtig war, weil er eben mit seinen Parolen dann die Arbeiter gewinnen konnte und eben dann auch die Kommunisten rausbrechen konnte aus der KPD und eben dann ihnen vorgaukeln konnte, als dass die NSDAP ihre Interessen angeblich vertreten würde. Und diese Unterzeile für die Unterdrückten gegen die Ausbeuter klingt wie gesagt wie eine linke Parole, war aber eine Parole von Josef Goebbels, der sich selber immer aber auch eher als Linker als als Rechter verstanden hat. Das ist ja auch so ein Kuriosum, dass heute der Nationalsozialismus eher als rechte Bewegung gilt. Viele, viele Nationalsozialisten sich aber tatsächlich als Sozialisten und eher als Linke gesehen haben, denn irgendwie als bürgerliche Konservative oder Reaktionäre. Und hier sehen wir auch da natürlich wieder Kampf dem Weltfeind, Ami go home oder US-Produkte boykottieren. Ja, ganz unten sehen wir einen klassischen rechtsextremen Aufkleber. Heute sind sie tolerant, morgen fremd im eigenen Land. Da ist wieder klassischer Rassismus. Da sehen wir auch eine Familie von einem farbigen Vater, einer weißen Mutter und einem gemischt rassigen Kind, wie wir es damals genannt haben. Und das war für uns damals ein absolutes Feindbild. Das war undenkbar. Und da sehen wir schon, dass also auch alle linken Anleihen nicht darüber wegtäuschen konnten, dass wir vom KDS natürlich Rassisten waren, dass wir natürlich daran festgehalten haben, einen Ethno-Staat zu haben, dass wir gesagt haben, wir wollen hier nur Deutsche, Europäer und Weiße. Wir wollen keine fremden Völker, keine fremden Kulturen, keine fremden Ethnien. Das ist für uns nicht möglich. Also da ist schon ganz klar ersichtlich, dass bei aller linken Anleihen, die wir genommen haben, dass bei aller Selbstdarstellung dann auch als National- und Sozialrevolutionäre der Rassismus trotzdem immer noch eines der Hauptkernfelder unserer Ideologie und unserer Weltanschauung gewesen und geblieben ist. Hier habe ich noch ein Bildchen rausgesucht von Michael Kot, der da eben mit Erich Honecker in Schiele telefoniert hat. Wir sehen dabei, das sind wirklich dann so ewig Gestrige gewesen, die nicht verschmerzen konnten, dass die DDR untergegangen waren, die immer noch geglaubt haben, den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Und Michael Kot hat sich dann eben als deren Wortführer präsentiert, hat eben die Kontakte gehalten und hat eine ganze Zeit lang auf dieser Welle dann eben als letzter aufrichtiger Kämpfer und Verteidiger des Politbüros und der SED-Diktatur sich in Teilen dieser Szene einen Namen gemacht. Aber wir sehen ja schon, das waren alles alte Leute, das waren keine Aktivisten, die haben sich irgendwann dann darauf beschränkt, in irgendwelchen Stasi-Vereinen dann die Tradition hochzuhalten und sich zu treffen. Die haben aber keine reelle Politik mehr gemacht. Die waren eben nicht dafür zu haben, dass irgendwelche Parolen dann an die Jugend weitergegeben hätte werden können und irgendwann war es natürlich auch rum, da war der Honecker tot, da war die DDR überlebt und die Menschen waren froh, dass sie im Westen angekommen waren und die SED-Diktatur beendet wurde. Und da war das natürlich dann kein Spielfeld mehr für den Michael Kot. Hier sehen wir noch einen Ausschnitt aus dem Blick nach rechts, wo über die Gründung unseres KDS berichtet worden ist. Hier sehen wir auch die langene Erklärung, die sich gegen One-World-Gesellschaft und die Diktatur des Kapitals gerichtet hat und die für das Selbstbestimmungsrecht aller Völker eingetreten ist. Dahinter stand natürlich aber wieder nur Selbstbestimmungsrecht der Völker, aber jedes Volk für sich. Keine Vermischung und keine Globalisierung. Jedes Volk muss gefälligst in seinen angestammten Grenzen bleiben und sich am besten hermetisch abriegeln. Höchstens in Europa der Vaterländer, aber mehr darf es natürlich nicht sein. Das war schon ganz klar auch, dass das Narrativ, was dahinter stand, nichts anderes war als unsere typische, eher links ausgelegte Version des Nationalsozialismus, eben in Tradition von Strasser, Röhm und so weiter und so fort. Aber da war kein wirkliches Zugehen dann auf linke Sozialisten oder auf Angehörige dann eben des linksextremen Spektrums. Das war auch gar nicht gewünscht, das sollte auch gar nicht so sein. Das war ein reines Mimikrie, was wir da vom KDS betrieben haben. So, hier sehen wir noch die beiden Initiatoren. Kurt, stellvertretender Vorsitzender der Kommunistischen Partei in Ost-Berlin. Das war wie gesagt auch nur eine ganz, ganz kleine Fünf-Mann-Gruppe, die sich den großen Namen KPD gegeben hat, die aber selber im Grunde genommen nichts dargestellt hat. Und auf der anderen Seite dann eben Thomas Brehl, mein Mentor, der die Idee des KDS hatte, der die Idee hatte eben dann Michael Kurt als Aushängeschild zu gebrauchen, ihm aber auch keine Macht zugestand und auch ganz genau wusste, dass er vom Typ her und von seinen Befähigungen her überhaupt gar nicht in der Lage war, uns da irgendwie in den Rang abzulaufen. Also es war von Anfang an klar, dass wir als Neonazis, dass wir als ganz klar weltanschaulich im Nationalsozialismus verankerte und verhaftete politische Soldaten, wie wir uns ja in Tradition und Geist der SA selber definiert und gesehen haben, das Heft des Handelns in der Hand haben und dass wir die Marschrichtung vorgeben. Und ja, so war der KDS für uns dann tatsächlich eine klassische Neonazi-Organisation, die sich ein bisschen Mimikrie eben dann auferlegt hat und die ein bisschen anders eben dann aufgetreten ist und damit, muss man wirklich sagen, jahrelang auch Erfolg hatte. Ja, wir sind nicht verboten worden. Es gab wohl, wie später rauskam, wohl Überlegungen, ob der KDS zu verbieten wäre, aber die haben dann wahrscheinlich auch gesehen, dass wir letztlich so obskur, so kurios und so unbedeutend gewesen sind, auch für Szeneverhältnisse, dass sich so ein Verbot wahrscheinlich gar nicht gelohnt hätte. Ja, nichtsdestotrotz hat sich der KDS dann irgendwann selber aufgelöst, auch auf mein Betreiben hin, weil irgendwann bin ich dann auch diesen ganzen Anachronismen entwachsen und habe auch dann wirklich gesehen, das mit der Politik des KDS, das mit der Person des Michael Kurz, das mit dieser Ordens- und Titelsucht und das mit der ganzen Urkundenverleiherei und diesen Anleihen dann an kommunistische Regime eben innerhalb der Neonazi-Szene kein Blumentopf zu gewinnen war, dass man damit nicht punkten konnte. Und je mehr ich dann auch Karriere machte als Netzwerker, Organisator und ideologischer Einpeitscher in der klassischen Neonazi-Bewegung, wurde für mich der KDS dann irgendwann auch mehr und mehr zum Hemmschuh. Und so haben wir dann zuerst versucht, ein bisschen zu modernisieren. Da wurde eben dann ein revolutionäres Manifest verabschiedet, da wurde die alte Organisationsstruktur abgeschafft, da wurden die Uniformen abgeschafft. Da haben wir gesagt, okay, wir haben eingesehen, dass das dem eigentlichen Sinn und Zweck, dem Weitertragen unserer sozial- und nationalrevolutionären Gedankengänge, das sehr abträglich gewesen ist, dass das eben kontraproduktiv war. Deswegen müssen wir uns neu aufstellen. Das hat aber natürlich nicht funktioniert. Und so haben wir dann irgendwann auch dann den KDS zu Grabe getragen. Das fiel Thomas Brehl sehr schwer. Er hat sehr daran gehangen. Er hat da auch so ein bisschen immer noch versucht, seine alten glorreichen Tage in der Neonazi-Bewegung im KDS künstlich noch einmal wieder aufleben zu lassen. Auch mit sehr bescheidenem Erfolg. Aber für ihn war das immer noch so, seine Hausmacht, wie er es selber nannte, seine Instrumentarien, mit denen er dann eben Netzwerken und agieren und auch so ein bisschen von oben herab dann als Organisationsleiter befehlen konnte. Aber für mich war das alles dann nichts mehr. Und so war ich auch dann ganz froh, dass der KDS dann irgendwann aufgelöst werden konnte. Das war für mich tatsächlich dann so ein Alpdruck, der von mir gegangen ist, weil ich mich dann auch nicht mehr für diesen ganzen Nonsens rechtfertigen musste, wie Solidarität mit Nordkorea oder wie Anleihen an die DDR und ähnlichen anderen Sponsens, der von Michael Koth eben dann hervorgetragen worden ist und mit dem ich nichts zu tun haben wollte. Das war im Groben und Ganzen noch einmal kurz erklärt, was war eigentlich der KDS. Ich kann noch kurz zum Abschluss dazu sagen, dass wir in Köln als Kameradschaft fast geschlossen dem KDS beigetreten sind. Ich bin dann später zum GAU-Sekretär Rheinland ernannt worden, war auch Mitglied der Organisationsleitung. Das war ein hochdrabender Titel, wirklich was dahinter stand nicht. Das war immer nur ein paar Leute, die Mitglied geworden sind und die sich dann beteiligt haben mit Propagandaaktionen. Richtig, Organisationsstruktur stand nicht wirklich dahinter, muss man sagen. Also das war alles mehr ein Papiertiger, das war alles mehr Propaganda, das war alles mehr aufgeblasen und mehr Selbstbeweihräucherung, als wie tatsächlich was dahinter stand. Aber für mich damals im Alter von 15, 16 Jahren war das eine ganz tolle Sache. Ich war Teil, ich wurde direkt ins Vertrauen gezogen, ich war Mitbegründer, ja, ich war in der Organisationsleitung und habe das alles eine ganze Zeit lang mitgetragen, bis ich dann auch in der Szene mich weiterentwickelt habe, bis ich da auch, ja so komisch das klingt, ein bisschen Gespür hatte auch für Realpolitik. Ich weiß, das klingt sehr, sehr komisch, weil die Neonazi-Szene hat nichts mit Realpolitik zu tun, deswegen sage ich auch nur ein bisschen mehr Gespür. Ja, ich war also nicht mehr so total abgedreht, wie noch zu meiner Zeit als Mitbegründer des KDS, sondern habe da auch dann mal geblickt, ja, das ist wirklich so extrem und das ist so kujus und das ist so blödsinnig und das ist so, so, ja, überhaupt nicht vermittelbar, dass das selbst in der Szene nicht mehr zu verkaufen ist. Das war schon tatsächlich eine Entwicklung und das war ein Fortschritt für mich in dieser Szene. Ja, und so war ich dann auch froh, dass ich später dann raus war, aber ganz am Anfang habe ich das alles gerne mitgetragen, habe auch meine Kameraden eben davon überzeugt und habe die eintreten lassen und so waren wir in Köln und im Rheinland mit unserer Truppe, die ich eben da beeinflussen und delegieren konnte, immer auch ein großes Herzstück des KDS. Ja, also war natürlich dann so, wenn ich irgendwelche Veranstaltungen nachher angemeldet habe, ein paar auch unter dem Namen des KDS, dass der KDS dann so getan hat, oh Mensch, hier KDS-Demo, KDS-Veranstaltung und hier auf die Veranstaltung vom Axel kommen 100 Teilnehmer, das war dann KDS-GAU-Treffen. Die Leute kamen dann nicht wegen der Organisation, die kamen wegen mir, die kamen wegen meinen Netzwerkfähigkeiten, die kamen wegen den Verpflichtungen, die sie mir gegenüber hatten oder weil sie meine Hilfe brauchten als Organisator oder weil sie meine Hetzreden gerne gehört haben. Ja, das war wirklich so eher auf meine Person dann zu fokussieren, als dass man hätte sagen können, ja, die sind jetzt gekommen wegen der Organisation. Ja, also so war ich natürlich damals schon eine der Säulen des KDS und deswegen auch für Thomas Brehl sehr, sehr wichtig, dass er in mir halt eben dann einen Bündnispartner gesehen hat und sich damit auch so ein kleines Refugium erarbeitet hat, wo er dann noch agieren konnte, ja, im Glanze vergangener Tage als Organisationsleiter und als jemand, der noch irgendwas zu sagen hat, was de facto in der Szene nicht mehr so der Fall gewesen ist. Ja, er war jemand, der sehr viel Kontakte aufbauen konnte, der einen umfangreichen Schriftverkehr hatte, der viele Artikel geschrieben hat, der aber eigentlich in der praktischen Politik keine Rolle mehr spielte, was auch daran lag, dass er kaum Veranstaltungen besucht hat, man musste ihn immer sehr, sehr drängen und überreden, dass er dann ein, zweimal im Jahr vielleicht auf eine Saalveranstaltung gekommen ist. Er ist mit mir zusammen dann auch mal auf ein, zwei Demonstrationen gewesen, aber das war wirklich die absolute Ausnahme. Die meiste Zeit hat er eben da bei sich in Langen verbracht und hat da sein Dasein gefristet und hatte eben da auch überhaupt gar keinen reellen Bezug mehr zu den tatsächlichen Straßenaktivitäten der Szene, was auch dazu führte, dass er Gedanken hatte, dass was in den 80er Jahren funktionierte, heute auch noch dann probat wäre und funktionieren könnte und da hat er sich oft eben verschätzt und oftmals auch vergriffen und hat natürlich auch eine gewisse Attitüde an den Tag gelegt, bei denen er bei vielen jungen Aktivisten gar nicht mehr ankam. Die kannten ihn nicht, der war ein Gespenst der Vergangenheit und der trat eben dann manchmal noch auf, als wenn er eine ganz große Nummer wäre und ich sage jetzt, wo es lang geht und so läuft das jetzt und da hat er sich selber auch so ein Stück weit mit demontiert, aber umso wichtiger war ich natürlich dann für ihn, dass ich ihm da schon eben dann Leute auch zugeführt habe, die auf ihn gehört haben, die ihn, eine Führungsperson gesehen haben und die ihm so ein bisschen auch dann die Sicherheit vermittelt hat für sein Selbstbild, ich stelle noch was dar, ich bin nicht nur ein Verfechter des Wortes, der Broschüren und Artikelchen verfasst, sondern ich bin auch jemand, der noch über Manpower verfügt, ja, so gering das auch gewesen sein mag. So, jetzt habe ich euch über den KDS aufgeklärt, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, wenn ihr Fragen haben solltet, bitte hier runterschreiben und ich versuche dann noch einmal darauf einzugehen, ich werde, nachdem dieses Video veröffentlicht wurde, diese Woche auf jeden Fall auch das erste Mal live gehen mit euch, da machen wir eine offene Talkrunde, da könnt ihr gerne auch noch fragen, wenn euch hier irgendwas in den Sinn gekommen ist, was ich jetzt in meinen Ausführungen unerwähnt gelassen habe oder nicht entsprechend ausgeleuchtet habe, ja, also macht euch da gerne Notizen, schreibt mir die Fragen auch hier rein, ja, ich gehe auf alles ein, was ihr wissen möchtet, wenn ich es noch nicht getan haben sollte. Ihr findet natürlich auch wieder die Links zu meinen Social Media Accounts und zu meinem PayPal Konto, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz recht herzlich für die vielen, vielen Spender, die hier einen kleinen Beitrag geleistet haben, dass die Technik vorangehen kann, dass ich demnächst auch interessante Gesprächspartner einladen kann und besuchen kann und dass eben dann dieser von mir ehrenamtlich betriebene Kanal dann vorangeht, dass ich die Möglichkeit habe, mit guter Technik hier zu sitzen. Ihr seht, nicht nur das Bild durch die neue Kamera, die eine Stange Geld gekostet hat, mit allem drum und dran, ist jetzt da, sondern ich habe auch Beleuchtung, ja, ich werde hier angeleuchtet, dass ihr mein strahlend, schönes Anschlitz, ja, eben dann auch in voller Pracht und Anmut, ha, ich weiß, mir kommt selber gerade das Kotzen, Entschuldigung, ja, eben dann euch vor Augen geführt wird und, ja, das Mikrofon ist neu, meine Festplatte ist verreckt, die muss neu gekauft werden, ja, und die ganzen Kabel, die ganzen Anschlüsse, also da kommt so viel zusammen, wenn ich das am Anfang gewusst hätte, hätte ich auch gedacht, so von wegen, oh mein Gott, was kommt da an Finanzen auf dich zu, aber mittlerweile bin ich sehr, sehr gut aufgestellt, vielen, vielen lieben Dank für euch, aber damit es hier noch weiter vorangehen kann, damit die Qualität kontinuierlich beibehalten werden kann, verbessert werden kann, damit interessante Gäste kommen, damit ich die Möglichkeit habe, neben meiner Arbeit, neben meinen privaten Verpflichtungen für euch da zu sein, greift bitte ein bisschen in die Tasche, wie gesagt, es müssen keine riesigen Spenden sein, 5 Euro tun es, 10 sind auch gern gesehen und alles, was mehr gegeben werden kann, wird dankend angenommen und wirklich auch sehr, sehr, sehr wertgeschätzt von euch, meine lieben Freunde, ja, so viel an dieser Stelle von meiner Seite, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, lasst bitte einen Augen, ein Augen, ja, ein Augen nach doben, da habe ich die Wechsstaben verbuchselt, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, klickt auch auf die Glocke, damit ihr immer darüber informiert werdet, wann neue Videos hier auf meinem Kanal hochgeschaltet werden, ich versuche jetzt kontinuierlich, drei bis vier Mal die Woche, euch irgendetwas Neues zu bieten, heute wird der Anfang gemacht, am Dienstag, wenn das Video hier online geht, es wird am selben Tag, vorher, brauche ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen, weil es vorher ist, aber ihr könnt den Link ja trotzdem dann klicken, noch ein Talk bei meinem Freund Philipp Schlaffer auf seinem Kanal, Ex-Rechte-Rotlicht-Rocker geben, den ihr bitte auch abonniert, den ihr bitte auch anschaut, falls ihr es noch nicht getan habt, das ist ein sehr guter Freund, Partner von mir, der mir geholfen hat, das hier alles aufzuziehen und viele, viele in meiner Community gehören ja auch zu seiner Community, die dies nicht tun, schaut euch seinen Kanal an, schaut euch seine Videos an, sind sehr, sehr interessant und sehenswert und haben einen erheblichen Mehrwert und unterstützt bitte auch den guten Philipp, das ist mein Aufruf hier auch nochmal für euch und jetzt komme ich auch wirklich zum Ende, ich habe mich wieder verquatscht, ist wieder viel zu lang geworden, ich hoffe, ihr könnt mir noch einmal verzeihen, wir sehen uns hoffentlich die Woche noch ein paar Mal wieder, gehabt euch wohl, bleibt gesund und schreibt ihr, was ihr von diesem Beitrag haltet.